Hallo, ich bin René von Germans Art Fashion. Heute freue ich mich sehr, euch unser neues Hemd Homasch to Emi vorzustellen. Dieses Hemd präsentiert eine illustrative Darstellung der beliebten und leider viel zu früh verstorbenen Musikerin. Sie war der Liebling von Millionen und ihre unvergessliche Musik lebt bis heute in unseren Herzen weiter. Anlässlich ihres 40. Geburtstages vor einiger Zeit bringen wir dieses einzigartige Hemd heraus, welches streng auf 40 Stück limitiert ist. Jedes Hemd wird mit einem Zertifikat geliefert, das seine Authentizität und Exklusivität belegt. Dieses besondere Motiv ist nicht nur als Hemd erhältlich, sondern auch als Bluse, T-Shirt und Kurzarmhemd natürlich alles aus 100% hochwertiger Baumwolle. Dieses Design markiert den Beginn unserer neuen Germans Pop Collection, in der viele weitere bekannte Stars vertreten sein werden. Besucht uns doch heute noch in unserem Online-Shop unter www.germans.shop und sichert euch euer persönliches Exemplar in der gewünschten Größe.